Nr Sissi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von diesem Streis mit schon lieber von mir auf und der mich spielte gerade sein blues oder was ist wenn sie es sich ist und er sieht einfach stylisch aus im Regen in der Kälte ein wahren Künstler dem stört das nicht oder ein wahren Musiker und da kommt auch schon seine reizende Frau die einfach abgefahren ist und total attractive die kann alles verfeinern noch mal ein bisschen Röste wegstellen wir können mal was davon nehmen eine Prise Magie so so der Rest kann nimmer weg tut mir leid falls ich mir ein bisschen öfter in der Musik bleibe aber Musik ist einfach ja alles ok es reicht es reicht du musst auf Toilette außerdem habe ich etwas vor mit dir du sollst ja vielleicht erreicht dann die Level 10 die Stufe 10 ich denke mal er hat er morgen überhaupt frei also nächste Woche definitiv wird er Karriere aufsteigen die gute Ramona die kann auch ein bisschen kochen vertragen sprich sag mal stinkt sie sie ist nur total müde dann kann sie jetzt irgendwie schlafen gehen um 1 Uhr nachts kann man das auch mal machen ähm die Dusche so wir können auch wir können auch ein bisschen naja er kann er auch mal wieder was essen und zwar Tofu-Hortag noch und dann geht er auch mal schlafen und am nächsten Tage werden wir mit ihm ein bisschen Logik noch und Geschicklichkeit würde ich gerne Geschicklichkeit ich würde gerne dass er ein bisschen was im Haushalt machen kann obwohl es eigentlich der Musiker ist nicht so handwerklich begabt aber gut könnte auch Ramona machen aber sie viele Sachen kann sie mit Magie ja eigentlich verbessern rein theoretisch das werden wir auch machen wir werden ja alles mit Magie verbessern Oko war hier schon wieder ein Edelstein Apropos Edelstein wir haben letztmal einen Diamanten hergestellt oder vor ein paar Folgen da ist noch ein bisschen Staub davon übrig könnte man auch mal so ein Regal mit Diamanten und alles ach man kann alles machen da ist ja doch der ist Maragd wunderschön und könnten wir verkaufen aber ja wir stellen so eine Sachen her und äh das möchte ich einfach so das können wir bei Chloe machen während sie nicht da ist warte mal Oberflächen Schaukästen verschiedene Oberflächen aha da wir trin für die ganzen Sachen ja noch ein bisschen einfärmen ist da natürlich nicht so come on come on 1 2 3 jetzt will ich gucken geht das es funktioniert alles da da will ich da zum Beispiel geht nicht schade schade aber ich glaube das ist er für wirklich kannst du holen nicht abstellen nö dann kannst du auch mal schlafen gehen so Freunde apropos wir müssen ne wir hatten schon mal einen Einbruch den hatte Ramona damals äh Ramona sei schön Bonhilda die Boni damals verhindert also immer schöne Augen offen es regnet es hagelt ok naja jetzt nochmal schlafen ja ja ihr schlaf ist wichtig für alle Freunde Bromini du bist erst wenn du wieder wach bist du wirst dann erst mal ja das können wir selber machen was kannst du machen ich weiß es nicht du kannst mal wieder schreiben ich Idiot natürlich ähm begin mal wann wer hier um 8.30 Uhr und 9 Uhr morgens hier stören möchte sorry meine Hose klingelt boah ey wenn sowas ne da würde ich auch mal alter macht geht der Rande machen ja mal ganz bedacht aufstehen wer ist denn ja es war irgendeiner der nervt hat das kann ich verstehen denn ja so dann würde ich jetzt aber sagen wir haben schon wieder drei Geister die machen ja richtig ordentlich Kohle und wir haben eine Hildenmedaille genau wir haben ja was bekommen für unsere Verdienste Gott ist das hier dunkel ist das auch noch eine Hildenmedaille äh die kommen mal gleich daneben wunderschön guck mal hier an das ist ich sag mal so ne ich frag gar nicht mehr nach da würde ich sagen mit dem Schreiben haben wir auch ein bisschen durchgelesen wie das ganze läuft dass man halt sich als Schriftsteller einem bestimmten Generen festlegen sollte damit Geld verdienen möchte aber also er möchte soll verschiedene Einnahmequellen haben oder ne also Bücher schreiben auf jeden Fall kann man ihm vorstellen ähm dann natürlich eine Band gründen wo er mit Band mit Aufschlussmusik auch natürlich als Sänger also da gibt es schon einige später schon realistisch was man machen kann du kannst halt eine Karriere dann als ne das wird natürlich die Gesangskarriere ja komplett festlegen dann Band kann man so machen ne nebenbei mit einer Band auftreten wenn man eine Band hat und äh ja die Grünen war ja mit Raum Mona zusammen und noch äh einen anderen so eine Dreierband äh ja so guten Morgen morgen schreib mal ein Gedichtband schön ja wie süß oh oh was war das hä warum ist das gerade schlecht geworden ist doch lecker oder war das Tofu-Attack sah genau so aus jetzt oh es war ein Bug hä wie ist das jetzt wieso wird das schlecht ähm wieso ist denn das äh sag mal ist das wie nein du isst das jetzt nicht du hast ja dir wird ja nicht schlecht du hast ja haben wir ergeben ja so ein starker Magen aber was zum Teufel ja das ist mal wieder schöner Bug ey ich liebe es ne Romy hat wieder ein Kabin fertiggestellt das ist wunderbar gut äh ist mir auch jetzt egal wir sind sowieso satt sozial brauchst du mal ein paar Kontakte kannst du mit deiner kommen mir so ein bisschen schreiben mit der Chefin kannst du mal ein bisschen plaudern das kann man ja mal machen quigel 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 dann magisch verbistern anzahl der kann das können wir mal machen das würde ich gerne machen wir sollen die exe teuren fernsehen kaufen gut das nicht mal gucken ob das kann ob das funktioniert mehr kanäle bitte flirp bieter auch das oh ich muss hin hupa 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 lorbitz hupa chibu Chibu, Pazuma, Ayabi, Baska, Ubitz, und? und nun bin wir sehr gespannt und hat funktioniert es hat funktioniert dann gucken wir erstmal ran an den herrn ich meine ist wichtiger für uns wahrscheinlich sowieso bald wieder auf so ein schwul noch ein bisschen vor das wetter ist mal wieder schön ich kann die ganze zeit nur sommer lassen aber mensch richtig coole karriere halbieren hatte es ist nicht mehr weiß jetzt hat so beige sehr schaub wenn es sterne künftig ob es nenne koch mit sauf hat dann machen wir mal heute kochkunst üben auf jeden fall damit war das ja verbessern und du schreibst dann auch jetzt müssen schreiben wieder lernst kommen wir heute hast du frei glaube ich nie oder muss heute arbeiten heute muss noch mal an ich muss noch mal vielleicht schaffen wir es auch noch mal aufzusteigen ich weiß es nicht party eingeladen och ne lagen wir also ganz ehrlich okay römikow ist es gelungen alle seine gedanken auf 503 seiten zusammenzufassen die magie der nacht ist sein bestes werk die ersten kritikern bereits erschienen und es ist jetzt schon klar dass die magie der nacht ein bestseller werden wird remia hat 6 über 9 und 32 im moment jetzt haben wir von sonntags um 12 uhr alter wie gut ist das denn ähm gespenstern version gut okay äh halt nein bevor wir das machen erstmal eine kleinigkeit noch mal essen sorry muss sein äh und danach äh poltergeist gespenstern version so muss sein und ihr seht die zeit ist mal wieder abgelaufen ähm ja das werde ich jetzt denke ich wenn wir in der nächsten folge machen vielleicht wir haben drei aufgaben vielleicht wird er auch aufsteigen ich denke mal wer wird aufsteigen ähm das wenn wir sorgen das heißt in der nächsten folge wird er dann äh auf level 10 sein das perfektioniert haben und dann haben wir die karriere sozusagen abgeschlossen und wir wissen ja was als nächstes kommen wird nämlich die gesangskarriere also als sänger aber das machen wir erst nach dem urlaub also erstmal möchte ich wirklich nach ägypten reisen und so ein bisschen von alles zu entspannen und äh ja das ähm da wird ich weiß nicht ob Ramona nochmal Ramona soll auch nochmal aufsteigen auf jeden Fall das wird eh nicht schlecht und dann als Belohnung fahren die nach ägypten werden dann ein paar Tage schönen Spaß haben und ja wann das soweit sein wird werden wir sehen vielleicht nächste Woche vielleicht danach wir werden sehen ich sage bis dahin bye 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 bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin